Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MecAsthetics. Heute eine Behandlung in Kombination einmal der Wangenaufbau, der hier gerade schon direkt angefangen hat, mit natürlich einem hochwertigen Präparat der Hyaluronsäure nur vom Marktführer, wie es natürlich bekannt ist bei MecAsthetics und auch nur durchgeführt von einem Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie. Das ist einmal die erste Behandlung und jetzt geht es auch direkt weiter mit der Joe-Line. Da unsere Patientin sich ein markantes und auffälliges Gesicht wünscht, wird das in Kombination jetzt durchgeführt. Und nach zehn Tagen sehen wir unsere Patientin wieder zur Nachuntersuchung, um uns natürlich auch der Zufriedenheitsgarantie zu vergewissern. Und ja, jetzt wird einmal das Präparat noch ein bisschen verschoben und in die richtige Schicht gedrückt und damit können wir uns zufrieden verabschieden. Bis zum nächsten Mal.